Wenn wir gegen die nicht gewinnen wollen, gewinnen wir da. Es war einfach Braunschweig. Geiler Support, der Braunschweiger-Fans. Erstliga-Reif auf jeden Fall. Aber wir waren viel besser. Es ist hoch für die. Was die Jungs auf die Bande gestellt haben, Respekt. Aber endlich, endlich drei Punkte für den Haas. Jawoll. Wurde auf Zahlen. In diesem Sinne, weiter so. Wir waren alle in den Vier-Aspraken. Hallo. Für hsv-reporter.de Hsv, du da, Hsv.